Es war einmal ein Mann, der besaß schöne Häuser in Stadt und Land. Geschirr von Silber und Gold. Möbel mit richtigem Holster und Kutschen aus purem Gold. Doch zu seinem Unglück hatte der Mann einen blauen Band. Der machte ihn so hässlich und schrecklich, dass es keine Frau und kein Mädchen gab, das nicht vor ihm davongelaufen wäre. Eine seiner Nachbarinnen, eine Dame von Stadt, hatte zwei wunderschöne Töchter. Er bat sie, ihm eine zur Frau zu geben, wobei er ihr die Wahl ließ, welche es sein sollte. Hallo? 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 Ein Mann. Ist da jemand? Ist da jemand? Nein! Laubert? Das war's. Komm zu uns, wir singen mit uns. Wir singen mit uns.